Willkommen beim Reverse Engineering Service. Ich bin Marco Lino. Die Flächenrückführung von Marco Technics hilft in vielen Bereichen und Branchen. Im heutigen Video erkläre ich, wie genau das funktioniert. Sie müssen ein Verschleißteil ersetzen? Sie kommen aber an dringend benötigte CAD-Daten nicht mehr heran? Kein Problem für das Team von Marco Technics. Marco Technics ist ein Service der Marco GmbH mit Sitz in Deutschland. Wir bieten unseren Kunden professionelle Flächenrückführung auf höchstem Niveau. Zuerst wird ihr Objekt gescannt. Hierbei wird ein Verständnis über das Bauteil und die zugrunde liegende Konstruktion erlangt. 3D-Scanner arbeiten präzise und schnell. Wir stellen bei der manuellen Flächenrückführung sicher, dass alle Elemente technisch korrekt konstruiert werden. Hierbei modellieren wir die aus dem 3D-Scan gewonnenen Daten in CAD-taugliche Volumendaten um. Das von uns gelieferte CAD-Modell kann nun für eine Neukonstruktion des jeweiligen Bauteils verwendet werden. Sie können durch unsere Dienstleistungen Ersatzteile reproduzieren oder optimieren. Kontaktieren Sie uns. Gemeinsam finden wir eine Lösung für Ihr Problem. Vielen Dank für das Anschauen dieses Videos. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video mit weiteren aufregenden Themen wieder.